Willkommen zurück in Minecraft. Wir werden uns jetzt einfach noch mal ein bisschen weiter nach unten buddeln. Vielleicht finden wir ja noch das ein oder andere an Materialien die wir so benötigen werden um weiter voran zu schreiten. Unter anderem ist es mir dann in den Sinn gekommen einen Stein zu bauen um unsere Gegenstände schon mal ohne Strom verdoppeln zu können, jetzt komme ich da nicht mehr ran, so gehts noch. So dahin damit es sogar schön aussieht. Und wir buddeln uns langsam in die Tiefe. Das ist natürlich eine Aufgabe, die man auch machen muss, sonst findet man ja nicht. Natürlich ist es etwas langweilig aber ich kann es nicht ändern. Ich werde auch wie gesagt, oh da ist sie kaputt gegangen, nicht jede Folge damit verbringen hier auch was zu buddeln. Jetzt erstmal ein bisschen und dann nächste Folge machen wir den Mühlenstein. Genau, wir brauchen und vorher werde ich auch gar nicht mehr diese Dinge schmelzen. Genau, das könnten wir machen. Jetzt habe ich Holz nicht viel. Ah hier Holz? Ja. Ich kann das auch mit Feuerstahl machen. Und die brauchen. Wir hatten ja hier gesehen, ich glaube man braucht ein Werkzeuggriff dafür auch. Nehmen wir einfach mal einen Werkzeuggriff raus. Was brauchten wir noch für die Spitzhacke, sowas. Das braucht nicht mehr für das Schwert. Haben wir zwei davon. Was brauchten wir noch für das Schwert? Auch noch ein Stück. Brauchen wir jetzt erstmal das Schwert nochmal eben hier. Da haben wir auch schon letzte Folge angefangen. Wir haben ja schon mal ein Steinbreitschwert gebaut. Bereit zum Kampf. Man zählt. Jetzt bauen wir uns noch die Eisenspitzhacke aus Steinmaterialien und Eisen. hat dann Abbau-Level-Redstone sogar. Das ist sehr schön. Können wir nämlich jetzt auch das Uran abbauen. Erfolge zu erfahrene Bergbaumeister. Erfolge zu erfahrene Bergbaumeister. Das geht auch noch schneller mit dieser hier. Ja. So, das muss sowieso noch ein. Tiefer. Wir bräuchten eigentlich auch wieder neue Treppen. innen. Wir sind ja auch schon in der Tiefe 35 oder 34, weil das Wachen gekommen. Deswegen lange dauert es auch nicht mehr bis nach unten. Vielleicht finden wir bis dahin auch etwas Schönes. Ein bisschen Kohle. Treppen. Wir brauchen Treppen. Wir brauchen Treppen. Achso. Das halten wir mir von nächstes vor noch auf. Heben, glaube ich. Das war, was ich gerade noch vorhabere. So, erstmal Treppen. Was war das? Wie habe ich das jetzt gemacht? So, ich sollte noch erstmal wieder an Treppen reichen. Dann putzeln wir uns noch ein wenig runter. So? So. Und nochmal tiefer. Die Spitze geht jetzt noch kaputt. Was haben wir denn hier gefunden? Zinnbeerenbüsche. Das ist auch schön. Oh. Die kann man nämlich jetzt abernten. Zinnbeerenbüsche. Die tun aber weh, wenn wir raufkommen. Oh, und da ist ne Höhle oder sowas. Ach so, er baut immer das, was daneben ist anscheinend gleich. Mhm. Sehr eigenartig. Sehr, sehr eigenartig. Mit Rechtsklick lautet anscheinend die Treppen. Wir gucken, wo haben wir ja Licht da irgendwie, ne? Ich werd's jetzt auch nicht immer anhaben und wir sehen aber da unten ist ganz Gefährlichkeit. Jetzt auch noch Eisen. Ja. Das ist auch sehr schön. Wir können noch mehr Eisen benötigen. Das brauchen wir jetzt gar nicht. Davon brauchen wir auf jeden Fall mehr. Wir können jetzt noch eine Obsidian Schaufel mal mit Zeit bauen. Oh, wir haben noch eine Eisenschutzung. Ich weiß gar nicht, ob wir die gebaut hatten. Oh, die werden wir erst mal später benutzen. Wir malen dann mal wieder Stein. So viel Eisen haben wir nämlich auch nicht und die ist nämlich fast kaputt. Das können wir hier sechsmalmal sind. Ich versuche das jetzt noch ein bisschen, hier ist es noch ein bisschen. Es gibt ein bisschen so. Wo das ist noch nicht. Ich habe doch noch Szenen mit den Korb der Szenen. Jetzt habe ich den Stein weggepackt. Jetzt haben wir Blei gefunden, aber nicht schlecht, brauchen wir auch nochmal. Da haben wir glaube ich Gold, das ist wunderschön. Das heißt wir bräuchten eigentlich nur noch diese Scherben, Luftscherbe oder sowas. Das ist Höhe. 29, okay. Ach, hier kommen wir auch gleich mal rein. Da haben wir noch andere Dinge. Da haben wir was, was ist das? Ne, das brauchen wir für einen Reaktor später. Das wäre irgendwie die Scherben, das wäre schön gewesen. Doch viele Dinge hier am Besatzplatz. Jetzt steilte ich wieder auf schon zum Schluss, aber hier sind ein paar Dinge. Jetzt gucke ich mich gleich nochmal genauer rum. Als erstes sage ich, falls euch das Video gefallen hat, lass doch einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, dann nicht. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.